Hallo, liebe Zuschauer. Ich möchte mal so eine Art Podcast aufzeichnen, in dem ich so auf die ersten Fragen eingehe. Und so ein bisschen möchte ich irgendwelche Unklarheiten beseitigen, wie das Ganze so aufgebaut ist, was ich mir dazu gedacht habe bei der Schaffung dieser Welt und überhaupt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich wollte eine klassische Science-Fiction-Geschichte schreiben. Also bei irgendwelchen neumodernen Science-Fiction-Geschichten ist mir die Welt übertechnisiert. Irgendwie dieses Konzept mit den Riggern, die irgendwelche Fahrzeuge beim Marsch der Welt steuern und irgendwas so Drohnen steuern, finde ich irgendwie nicht so spannend. Also ich mag irgendwelche Geschichten, wo es noch so richtige Helden gibt oder beziehungsweise sagen wir mal Protagonisten, die Abenteuer erleben, die auch Strapazen erleben. Auch dieses Ding, dass man sich irgendwie durch die Matrix bewegt, so alles, was man irgendwie tun kann, ohne dass man es selber tut, finde ich tendenziell eher langweilig. Und deswegen habe ich mir dieses Universum ausgedacht. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist logischerweise eine Fortsetzung dieser Erde in der Zukunft, wie sie hypothetisch hätte verlaufen können. Es gibt irgendwann, wird dieses Lesum entdeckt, also Lesum ist ein Kristall, und er kommt irgendwo vor in winzigen Mengen, in irgendwelchen Gesteinen, verbunden mit Platin. Und das kann man halt abbauen, das kann man raffinieren. Dann kann man im letzten Schritt das Lesum von dem Platin trennen, sozusagen nur. In so einer atomarschweren Legierung wie mit Platin kann Lesum in der Natur überhaupt stabil vorkommen. Ansonsten, sobald man es von dem Platin getrennt hat, beginnt es zu zerfallen und es erzeugt Energie. Das hat folgende Auswirkungen. Also sagen wir mal, es gibt einen Lesum-Reaktor, da hat man einen Lesum-Barren, der hat ein gewisses Standardgewicht, was es da in diesem Universum halt gibt. Und wenn man diesen Reaktor mit diesem Barren bestückt und einschaltet, das ist übrigens eine kalte Fusion. Diese Reaktoren strahlen keine Radioaktivität ab und sie sind nicht, also es gibt keinen Super-GAU, es gibt keinen Fukushima bei diesen Reaktoren, sondern es ist halt eine kalte Fusion. Der Reaktor erhitzt sich nicht, es kann nicht passieren, dass er explodiert, nichts derartiges, sondern er erzeugt einfach nur Strom bis in alle Ewigkeiten, also Jahrtausende, so nach dem Motto. Und durch diese Reaktoren kommt es zu so einer Art industrieller Revolution. Es ist zum Beispiel möglich, ein Raumschiff mit Ionenantrieb aus Komponenten im Orbit der Erde zusammenzubauen. Dieses Raumschiff kann innerhalb von ein, zwei Stunden 1,6 Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und damit dauert die Reise zum Mars mit Beschleunigungs- und Bremsphase ein paar Tage. Das ist nicht so genau ausgerechnet, aber sagen wir mal, jeder Punkt im Sonnensystem ist, mit Ionenantrieb innerhalb von einer Woche zu erreichen. Man beschleunigt einfach, also man schnallt sich an, dann gibt es eine Beschleunigungsphase. Sobald man die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, treibt man im freien Fall in Richtung auf sein Ziel. Gleich muss man zwischenzeitlich mal irgendwelche Kurskorrekturen vornehmen oder sowas. Aber im Endeffekt ist es eine sehr günstige Variante, weil ihr müsst euch auch vorstellen, genau wie dieser Reaktor, wie der Lesumreaktor, ist auch der Ionenantrieb sehr günstig. Wenn man ihn einmal hat, kann man innerhalb des Sonnensystems rumkurwerken und rumcruisen. Man muss ab und zu mal ein bisschen Wasser aufnehmen, irgendwo auf irgendwelchen Planeten. Der Wasserstoff wird für die Ionisierung verwendet, den Ionenantrieb und der Sauerstoff logischerweise zum Atmen. Aber ansonsten ist man relativ autark und autonom. Dieser Antrieb ist nicht so stark, dass er ein Raumschiff von der Erde starten lassen kann. Aber er ist zum Beispiel stark genug, dass man irgendwelche Monde, sagen wir mal, er ist stark genug, dass man ein Raumschiff vom Erdmond starten lassen kann. Also irgendwelche Monde kann man damit wunderbar anfliegen und auch ohne irgendwelche Hilfsmittel und hat das wieder starten. Das ist so die erste industrielle Revolution. Die gibt es dann irgendwann in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Die Geschichte, die ursprüngliche erste Teil von der Geschichte, habe ich schon angefangen zu schreiben vor zehn Jahren oder so. Also deswegen müsste ich mal irgendwann die Jahreszahlen abändern, so einfach mal um zehn Jahre nach hinten rücken, weil es ja 2024 ist ja schon bald sozusagen. Da hat mich auch jemand darauf hingewiesen. Da muss die Menschheit aber Gas geben, wenn sie den Mars erreichen will bis 2024. Also wie der Maus sei. Es gibt halt diese erste industrielle Revolution. Und Menschen kolonisieren das Sonnensystem. Es gibt irgendwelche Ressourcen, die man abbauen kann im Weltraum. Es gibt irgendwelche Verhütungsanlagen, Edelmetalle, Gold. Was weiß der Geier, wird halt im Weltall geschürft und wird teilweise zur Erde gebracht, teilweise auch im Weltraum verwendet. Es werden irgendwelche Innovationen gemacht. Es gibt halt dann irgendwelche Basen, die man im Weltraum errichten kann. Aber ihr müsst euch vorstellen, grundsätzlich ist dieses Universum, da ja Entfernung weit und Raumfahrt teuer ist, ist dieses Universum wenig verspielt. Also es ist nicht so wie bei Apple oder sowas, dass es irgendwelchen fancy Schnickschnack gibt, sondern irgendwelche Raumschiffe und Basen sind in Standardbauweise. So ein bisschen wie bei der alten Sowjetunion. Die haben halt eine Standardrakete, die ist für alle Zwecke geeignet. Die ist getestet eine Million Mal, so nach dem Motto. Sie funktioniert immer, sie versagt nie, sie stürzt nie ab. So müsst ihr euch die Technik in meinem Universum vorstellen. Und irgendwann wird ja dann auch der Hypersprungantrieb erfunden. Und just zu dieser Zeit, also sagen wir mal, als vielleicht so 100.000 Menschen das Sonnensystem besiedelt haben und sich irgendwelche Menschen anschicken, erste Basen in umliegenden Sonnensystemen zu errichten. Genau, das muss ich an dieser Stelle auch noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Also der Hypersprung ist zwar möglich, aber er ist teuer. Jeder Hypersprung verbraucht einen Lesumbahn. Das heißt, derselbe Lesumbahn, der ein Raumschiff 20 Jahre lang innerhalb eines Sonnensystems rumfliegen lassen kann oder 1.000 Jahre einen Lesumbahnreaktor betreiben kann, wird verbraucht bei einem einzigen Hyperraumsprung. Das heißt, die interstellare Raumfahrt zwischen den Sonnensystemen ist teuer. Und deswegen ist es halt so, es werden nur irgendwelche kleinen Basen außerhalb des Sonnensystems gegründet am Anfang. Ja, es kommt dann irgendwann in den 2040er Jahren zu so einer Art begrenztem Atomkrieg auf der Erde. Also es kommt nicht zum völligen Schlagabtausch. Aber die Erde, es wird halt radioaktiv verseucht. Die Menschen auf der Erde müssen auch in irgendwelchen Basen und Bunkern leben. Und Nahrungsmittel werden auch nur in irgendwelchen Traglufthallen-ähnlichen Farmen angebaut. So eine richtige Ökosphäre, wie es jetzt gibt, gibt es nicht mehr. Und das treibt halt viele Menschen raus sozusagen ins Sonnensystem und treibt auch die Kolonisierung des Weltters darüber hinaus voran. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich von unglaublich vielen Science-Fiction-Universen, die ihr kennt, immer so ein bisschen entnommen habe. Es ist ein bisschen Blade Runner, es ist ein bisschen Terminator, es ist ein bisschen Star Wars dabei, es ist ein bisschen Captain Future dabei. Es ist auch ein bisschen Metro dabei, also es geht so auf die Suche nach dem verlorenen Paradies der Erde, dass die Menschen gerne im Weltraum wieder neu erschaffen möchten und irgendwelche Fehler wiedergutmachen möchten und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein dystropisches, postapokalyptisches Universum, was so gewisse finstere... Also ich habe auch ein bisschen Anleihen genommen bei den Horrorromanen von H.P. Lovecraft. Also man kann jetzt nicht sagen, dass mein Universum ein reines Horror-Universum ist, aber es hat so gewisse Elemente von allem ein bisschen. Ja, es gibt vielleicht 100 besiedelte Sonnensysteme, das wird ja auch am Anfang thematisiert. Es gibt so 160, 170 Kolonien. Die meisten Kolonien sind allerdings irgendwelche Schürferkolonien. Also da sind irgendwelche Rohstoffmonde und so eine Schürferkolonie, da ist dann ein Sonnensystem, hat vielleicht nur so 200.000, 300.000 Einwohner. Es sind keine Milliarden Menschen oder sowas. Es gibt im Endeffekt richtige Planeten, die so eine richtige Atmosphäre haben, die man ohne Filtermaske und irgendwelche technischen Hilfsgeräte, wo man die Luft atmen kann, gibt es vielleicht 5, 6 in diesem ganzen Universum. Das ist auch nicht besonders groß, da ja der Hypersprung nur 20 Lichtjahre weit geht. Und ja, interstellare Raumfahrt teuer ist. Ist das ganze Universum vielleicht so 120, 150 Lichtjahre breit, also das sind so die bekannten besiedelten Sonnensysteme. Aliens hat man logischerweise noch nicht entdeckt. Es gibt zwar schon sowas wie KI, es gibt Roboter, das alles gibt es, aber es ist eher so eine Art Mangeluniversum. Also es ist kein Luxusuniversum, es ist keine Utopie, es ist eine Dystopie sozusagen. Das heißt, sagen wir mal, es gibt auch die Planeten der zweiten Kolonisationswerte. Ich hatte mir das so überlegt, dass in der ersten Kolonisationswerte exportiert man vor allem Fachpersonal, irgendwelche Ingenieure, Techniker, irgendwelche hochqualifizierten, hochmotivierten Menschen, um quasi das Überleben der Menschheit zu sichern. Und deswegen sind diese ersten sechs Planeten, die man am Anfang kolonisiert, das sind besonders gut geeignete Kolonien. In der zweiten Kolonisationswelle werden dann vor allem irgendwelche Armen von der Erde exportiert, weil sie einfach zu viel sind, weil es für sie auf der Erde keine Arbeitsplätze gibt und weil sie wie in so einem riesigen Hartz-IV-Reservat sozusagen vor sich hinvegetieren. Denn ihr müsst euch so vorstellen, also sagen wir mal, vor 50 Jahren haben irgendwelche Inder in Armut gelebt irgendwo, oder teilweise auch heute noch, oder in Afrika, irgendwelche Afrikaner haben in Armut gelebt. Und jetzt hat man sie halt in der Zukunft, hat man sie sozusagen von der Erde fortgeschafft zu einem neuen Planeten. Dieser Planet hat aber jetzt keine großartigen, besonderen Ressourcen und man hat auch nicht viel investiert in die Kolonisierung dieses Planeten. Er ist halt nur so leidlich terraformt wie die meisten Planeten. Also, da muss ich mir Folgendes überlegen. Planeten, die in einer habitablen Zone sind, also so sind, dass Wasser in flüssiger Form vorkommt. Dass es viel Wasser auf der Oberfläche gibt, die, stelle ich mir vor, gibt es gar nicht so viele. Das sind nur ganz wenige. Das sind Planeten, die im Endeffekt sehr fruchtbar sind und die nach einer gewissen Übergangszeit von vielleicht 60 bis 100 Jahren irgendwann so gut kolonisiert sind, dass sie beinahe erdähnlich sind. Aber wie gesagt, davon gibt es nicht so viele. Die meisten Planeten sind nach ihrer Terraformung so, dass es halt irgendwelche Wüstenplaneten sind. Also, bei Wüsten stellt man sich ja in der Regel Sand vor. Sagen wir es eher Steppenplaneten. Also, es gibt zwar irgendwelche Gewächse. Es gibt auch im Rahmen der Terraformung irgendwelche Gerätschaften, mit denen kann man Wasser aus irgendwelchen tiefen Schichten an die Oberfläche pumpen und verdunsten lassen. Das wiederum führt auch in bestimmten Regionen zu begrenzten Niederschlägen. Aber so richtig, dass man irgendwie so eine Farm hat und irgendwas anbauen kann, wie im Wilden Westen, sowas gibt es nicht. Sondern es gibt halt irgendwelche Gewächshäuser. Diese Gewächshäuser werden halt klimatisiert und entsprechend betrieben, versorgt und so weiter. Und diese Planeten bleiben eher arm. Also, die Bevölkerung, ich würde sagen, 95 Prozent der Bevölkerung meines Universums sind tendenziell eher, leben am Existenzminimum. Und sie haben natürlich auch irgendwelche Hightech. Aber sie verfügen jetzt nicht unbedingt über unendlich viele technische Gerätschaften, sondern sie haben halt so das Nötigste zum Leben und schlagen sich halt so durch. Die Bevölkerung wächst halt zwischendurch immer wieder mal an. Aber man muss ja bedenken, es geht irgendwann los. Mein Universum startet ab 2024. Und die Geschichte, die Erzählung beginnt ja im Jahre 2244. Dazwischen gibt es einen eher lokal begrenzten Krieg, bei dem irgendwie eine Milliarde Menschen draufgehen. Und dann gibt es nochmal diesen großen Krieg. Es gibt PTI. PTI, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein bisschen wie das Universum von George Orwell. Also, da ist alles geregelt. Das ist so wie der perfekte Kommunismus. Also, alles ist geregelt. Alles ist sicher. Man darf fast nichts irgendwie. Wenn du zu viele Kinder hast, ist es nicht gut. Dann wirst du bestraft. Wenn du zu wenig Kinder hast, ist es nicht gut. Dann wirst du auch bestraft. Dann gehst du nämlich einbußen. Aber dafür nennt dich zum Beispiel die Polizei. Ha, hallo Bürger. Und wir haben dich ja so lieb, Bürger. Der große Bruder liebt dich, Bürger. Und alles ist ganz toll, Bürger. Aber eigentlich darfst du ziemlich wenig Bürger. Du hast nichts zu melden. Irgendwelche Freiheiten und Rechte kannst du vergessen. Dann gibt es halt Shark. Shark ist ein Hightech-Konzern. Also, wenn PTI Microsoft ist, dann ist Shark halt Apple sozusagen. Shark setzt sehr stark auf Hightech. Shark setzt auch sehr stark auf die Schulung seines Personal. Shark hat so leicht faschistoide Züge. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Shark die Nazis sind oder sowas. Aber es hat so gewisse Züge. Es setzt halt stark auf Hightech und eher auf Individualismus. Und ist am ehesten noch vergleichbar mit der Gesellschaft, so wie wir sie heute halt haben. Und dann gibt es noch die Raummarine. Die Raummarine müsste ich so vorstellen. Am Anfang gibt es ja die Raummarine als UN-Blauhelm-Einheit für die Sicherheit im Weltraum, für den Kampf gegen Piraten und so weiter. Und irgendwann erlangt ja der PTI-Konzern Staatlichkeit. Also, der PTI-Konzern wird so mächtig, dass er sich sozusagen für diesen inneren Bereich, also die Erde im Umkreis, 35 Jahre Umkreis, erwirbt der PTI-Konzern Staatlichkeit. Das heißt, er hat das Gewaltmonopol, er ist die Polizei, hat diesen Space jetzt sozusagen erworben. So ähnlich wie die Amerikaner Alaska von den Russen gekauft haben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sowas gab es früher. Und die Raummarine, die wird dann irgendwann verbannt, sozusagen aus diesem inneren Bereich, in den Bereichen, in denen die dritte Kolonisationswelle ging. Weil irgendwann haben die Kolonien, die von der Erde aus kolonisiert wurden, wiederum eigene Kolonien weiter draußen gebaut. Die sind dann nicht mehr national errichtet. Also, da sind es dann keine Inderplaneten oder Chinesenplaneten oder Europäerplaneten. Das sind dann Mischplaneten, sozusagen. Und da gibt es dann halt die Raummarine. Ja, die Raummarine hat dann halt so gewisse Parallelen zu irgendwelchen Ritterorden. Also, die zerfällt quasi in drei Verbände. Einen eher muslimischen, einen eher christlichen, einen eher buddhistischen. Aber es ist halt so eine allumfassende Organisation. Bis auf die Tatsache, dass sie halt so gewisse kulturelle Vorlieben noch hat. Die sind alle so ein bisschen hinterweltnerisch. Die sind alle voll, voll moralisch. Keine Pornografie. Kein gar nichts. Alles ist groß. Und irgendwie ist bei der Raummarine sind irgendwie die Panzer besonders dick. Und die Rüstung besonders dick. Und die Knarren besonders dick. Dann neigen die Menschen eher zu Aberglauben. Und es gibt eher sowas wie religiösen Fanatismus. Also, Religion spielt bei PTI und Shark eigentlich gar keine Rolle mehr. Und dafür bei der Raummarine umso mehr. So müsst ihr euch das Universum vorstellen. Wie gesagt, es hat vielleicht aktuell vor dem letzten Krieg zwischen Shark und PTI, hat es 10 Milliarden Menschen gegeben in allen Sonnensystemen zusammen. Davon wurden zwei bis drei Milliarden beim letzten Krieg mal wieder weggebombt. Als Folge dieses Krieges wird dann halt der Shark-Konzern quasi zerschlagen. Und es gibt jetzt nur noch die Raummarine und PTI. Dieser Krieg endet im Jahr 2240. Und jetzt haben wir ja 2244. Also, das heißt, es könnte in den nächsten Jahren irgendwann mal zum großen Kräftemessen um die Weltherrschaft kommen. Heute soll es mal um Kolonien, Kolonisierung und die Erzeugung von lebenswichtigen Gütern in Weltraube gehen. Wie leben Menschen eigentlich in der Zukunft? Also, ich habe mir das so vorgestellt. Sagen wir, da ist eine Gemeinde von vielleicht 20, 30 Personen. Das sind irgendwelche Familien mit ihren Kindern. Und die beschließen, sie wollen eine Kolonie gründen. Es gibt ja im Sonnensystem unendlich viele Himmelskörper. Es gibt irgendwelche Asteroiden. Es gibt irgendwelche Monde. Es gibt irgendwelche Planeten. Es gibt unglaublich viel Raum, wo man sich hin ausbreiten kann. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, irgendwelche besonders rohstoffreichen Monde. Und Asteroiden werden von irgendwelchen großen Konzernen gesucht. Sie werden gefunden. Sie werden besetzt. Aber so eine normale Kolonie mit irgendwelchen Zivilisten, die muss ja vielleicht gar nicht an so einem Himmelskörper sein, wo irgendwelche Konzerne ihre Minen haben, sozusagen. Denen reicht auch nur ein mittelreicher Himmelskörper. Sagen wir mal, die sparen ein paar Jahre und kaufen sich einen Terra-Track. Einen Terra-Track, das habe ich in meinem Roman ja schon beschrieben, ist so wie so eine Art Weltraumtruck. Also es ist ein Gerüst, das ist eine Metallkonstruktion aus Metallstreben. Die ist in der Grundausführung so 10 Meter breit, 10 Meter hoch und 40 Meter lang. Und sie ist geeignet, um zum Beispiel irgendwelche Container einfach so da reinzuschieben und einzuhängen in dieser Konstruktion. Es gibt vorne und hinten, gibt es wie so würfelförmige Anbauten. Da sind die Teleskopbeine drin und da sind die Schubdüsen drin, irgendwelche Kurskorrekturen. Dann gibt es hinten ein Teil, da ist ja ein Ionenantrieb drin, der ist nicht besonders leistungsstark. Es ist nicht wichtig, dass dieses Terra-Track irgendwelche besonderen Eigenschaften hat. Es muss weder schnell noch sonst was sein, es hat keine Waffen, es hat überhaupt nichts. Es hat vorne, an der Spitze hat es ein Cockpit. Das ist ausgelegt für drei Mann, also drei Piloten haben dort einen Sitz, in dem sie sitzen können. Und dann gibt es hinten noch so eine Art Schlafraum, größer als bei irgendwelchen heutigen Lastwagen. Also das ist ja wirklich nur winzig, dieser Raum hinter der Kabine. Aber beim Terra-Track ist das so ein richtiges kleines Zimmer. Können vielleicht von der Lebenserhaltung her fünf Leute können sich in diesem Cockpit aufhalten. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, sagen wir, diese Kolonie kauft sich die entsprechende Ausrüstung, die sie braucht. Also die Grundausrüstung, die sie braucht, ist erstmal so eine Art Bohrer, also ein Gerät für irgendwelche Erdbohrungsarbeiten. Das gibt es ja auch heute schon. Es gibt irgendwelche Maschinen, die bohren einen Tunnel. Und so ähnlich stelle ich mir vor, gibt es das in der Zukunft nur viel fortschrittlich. Also sagen wir mal, diese Kolonisten, die haben sich so ein Gerät gekauft, das bringen sie dorthin, wo sie ihre Kolonie errichten wollen. Laden das quasi aus, so, die haben irgendwelche Raumanzüge. Der Terra-Track hat auch eine kleine Schleuse, dann steigen sie halt aus, laden dieses Erdgrabungssystem aus, schalten es ein und es beginnt zu bohren. Sagen wir einfach, es bohrt innerhalb von einem Tag, bohrt es den Raum einer Wohnung ungefähr. Oder sagen wir mal, es bohrt einen Tunnel 10 Meter weit. Dann hat es halt am ersten Tag diesen Tunnel 10 Meter weit gebohrt. Dahinter bohrt es so eine Art Eingangshalle. Und dann fängt es an. Also sagen wir mal, es bohrt innerhalb von einem Tag, wie gesagt, eine Wohnung von 100 Quadratmetern. Es bohrt innerhalb von einem Monat eine Siedlung für diese 20, 30 Personen mit genug Wohnraum, den die da halt brauchen. Und wenn man es halt immer weiter arbeiten lässt, dann bohrt es innerhalb von einem Jahr, bohrt es eine Kleinstadt. Und innerhalb von 10 Jahren bohrt es Lebensraum für eine Großstadt und so weiter. Und in dem Moment, wo man diesen anfänglichen Tunnel, wo es diesen Tunnel gebohrt hat nach einem Tag, installieren diese Siedler so eine Art Schleuse, die sie mitgebracht haben. Sie haben ja die Möglichkeit, vier Container in ihrem Terra-Track zu transportieren. Das heißt, sie haben dieses Erdbohrungssystem, sie haben diese Schleuse, die tun sie da halt einbauen. Und ab diesem Zeitpunkt brauchen sie eigentlich keine Raumanzüge mehr, sondern sie können ihre Terra-Track so landen, dass die Container quasi direkt in den Innenraum ausgeladen werden. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja auch Container mit Lebenserhaltung. Die Menschen steigen einfach aus, wie auch immer. Auf jeden Fall brauchen sie ab dem Zeitpunkt keine Raumanzüge mehr zu tragen, um ihre Siedlung zu betreten. Jetzt sagen wir mal, außer dieser Schleuse und diesem Bohrsystem haben sie noch eine Lebenserhaltung. Also eine Lebenserhaltung säubert quasi Wasser. Also sie hat eine Wiederaufbereitungsanlage für Wasser. Sie erzeugt Sauerstoff aus Wasser und so weiter. Sie reguliert die Temperatur. Ich stelle mir vor, in so einem Container von 10 mal 10 Metern, das ist schon so eine Lebenserhaltung für so eine ganze Siedlung. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Also und dann haben sie, sagen wir mal, noch einen Reaktor, der das Ganze mit Energie beliefert. Und zu diesem Zeitpunkt haben sie sozusagen den Grundstein für ihre Siedlung gelegt. Ich stelle mir halt vor, dass so 30 Personen, also 5, 6, 7, 8 Familien, je nachdem, die brauchen schon ein paar Jahre, um dieses ganze Equipment zusammen zu sparen. Aber dauert jetzt auch nicht endlos lange. Also nach drei Jahren, drei Jahren haben sie dieses Equipment zusammengespart. Und im nächsten Schritt installieren sie eine hydroponische Farm. Ihr müsst euch das so vorstellen. Also diese hydroponischen Farben, die sind quasi wie Traglufthallen. Das wird oben über dem, also je nachdem, wenn es halt ein Himmelskörper ist, in der Nähe der Sonne, dann wird er von einer natürlichen Sonne sozusagen beleuchtet. Wenn nicht, dann hat das ganze Ding irgendwelche Kunstsonnen. Das gibt es ja heutzutage auch schon. Welche Lampen, die quasi das Sonnenlicht ersetzen und imitieren. Und ich stelle mir vor, das ist halt eine Traglufthalle, die wird unter Druck gesetzt. Dann bläst sie sich halt auf, wie so eine Kuppel halt. Und diese Traglufthalle wird mit einem Stürzbalken oder Säule in der Mitte versehen. Und oben werden entsprechende Lampen angebracht. Dann wird quasi Erde, also so Humuserde, wird ausgebracht auf dieser Fläche. So eine Standard-Hydroponische Farm. Das habe ich auch in meinem zweiten Roman dann etwas ausführlicher beschrieben, wie sowas funktioniert. Wie die aufgebaut ist, wie die aussieht. Das ist vielleicht so 60 Meter im Durchmesser. Und dann gibt es irgendwelche automatisierten Agrarroboter, die pflügen das Ganze und düngen es. Und es gibt irgendwelche Vorrichtungen zum Bewässern. Die lassen es regnen oder tun irgendwelche Nieselregner niedergehen lassen. Und diese hydroponische Farm erzeugt Sauerstoff. Also sie verbraucht logischerweise beim Pflanzenwachstum Kohlenstoff und produziert Sauerstoff für, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Personen. Sie filtert halt das Wasser. Also sie ist dann sozusagen so eine Art Zusatz-Lebenserhaltungssystem. Und sie erzeugt natürlich gewachsene Lebensmittel oder auch die Grundkomponenten für Sündbrei. Sündbrei ist sozusagen so eine konzentrierte Nahrung. Die kann entweder künstlich aus Chemie hergestellt werden oder sagen wir mal, sie wird aus irgendwelchen natürlich gewachsenen Lebensmitteln produziert. Aber auf jeden Fall gibt sie halt, es ist ein Nahrungsmittel, was sehr platzsparend ist. Es wird häufig in der Raumfahrt auf irgendwelchen Schiffen verwendet für irgendwelche niederen Dienstgrade, weil man halt nicht viel Platz dafür braucht, um das zu transportieren und zu lagern. Und wenn jetzt unsere Kolonie ihre hydroponische Farm da installiert hat, entsprechend der Anzahl der Bewohner, also sagen wir mal bei vielleicht 30 Bewohnern, brauchen die zwei so Farben, a 60 Meter Durchmesser. Dann hat man ja auch schon so einen gewissen kleinen Park, also so eine Farm kann ja auch teilweise ein Tierpark sein, wo man so ein bisschen im Grünen sitzen und entspannen kann und wo es sowas ja in Springbrunnen gibt und so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann und so weiter. Und in Kombination mit diesen unterirdischen Räumen hat man schon die Grundlage für eine Kolonie geschaffen, sozusagen. Und ich stelle mir vor, das ist die erste Form von Kolonie, die irgendwelche Siete errichtet werden. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein Himmelskörper entsprechend groß und lohnt ist für das Schiffen von irgendwelchen Mineralien, dann kommen immer mehr solche Kolonien, also es kommen immer mehr, könnte man sagen, diese erste Kolonie ist sowas wie ein Dorf. Und wenn sich jetzt in einem bestimmten Bereich eines Himmelskörpers entsprechend 20, 30 solche Dörfer gebildet haben, dann macht es Sinn für diese Dörfer zu sagen, alles klar, wir haben jetzt unsere Bohrmaschine, unser Schiffgerät, was diese Gänge und diese unterirdischen Räume anlegt, das programmieren wir jetzt so, dass wir irgendwelche Wege bauen. Versteht ihr? Dass wir einfach zwischen unseren Dörfern so eine Art Straße bauen. Dass wir uns auch mit Fahrzeugen erreichen können. Ab dem Zeitpunkt macht es dann Sinn, irgendwelche Fahrzeuge zu haben. Macht es auch Sinn, sich zu spezialisieren. Also ich stelle mir vor, es gibt ja heute auch schon diese 3D-Drucker, dass solche kleinen Dörfer irgendwelche Sachen, die sie so das tägliche Leben brauchen. Also es gibt natürlich irgendwie Hightech-Produkte, die sie importieren quasi. Ich denke mir auch, es gibt auch irgendwelche Free-Trader, das sind halt Händler, die haben so AKBs, also das AKB ist ein Kleinraumer der Fregattenklasse. Das hat eine Minimalbesatzung von vier Mann, das hat eine Maximalbesatzung von zehn Mann. Das transportiert vielleicht so, keine Ahnung, je nach dem Typ, ob es eher ausgelegt ist für Fracht oder was auch immer für zwischen 50 und 200 Tonnen Fracht. Das heißt, solche Free-Trader kommen dann halt an, besuchen solche Dörfer, kaufen ihre Ressourcen ab, verkaufen ihnen irgendwelche Produkte. Das ist wie so fliegende Crema-Läden, stelle ich mir das vor. Und wie gesagt, wenn mehrere solche Dörfer auf einem Himmelskörper ungefähr irgendwo nicht allzu weit voneinander entfernt existieren, dann lassen die ihre automatischen Bohrgeräte, lassen die halt irgendwelche Tunnel bohren, mit denen sie sich untereinander vernetzen. Und dann kommen sie vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch auf die Idee, okay, jetzt bauen wir uns sowas wie einen gemeinsamen Marktplatz. Also irgendwo mittig, wo halt für alle relativ günstig zu erreichen ist. Legen wir mal eine Extrasiedlung an, da errichten wir irgendwelche Marktstände oder da machen wir uns ein Schwimmbad oder irgendwas. Das funktioniert dann quasi von selber irgendwie, dass die sich da untereinander einigen. Gerade in solchen ersten Phasen kommt das alles noch, stelle ich mir vor, ohne großartige Polizei oder irgendwelche Behörden aus. Aber so ab einer gewissen Größe von, sagen wir mal, so 200.000 Menschen innerhalb eines Sonnensystems kommt dann die TSU. Es gibt das TSU-Gesetz zur Behördenzentralisierung. Die TSU errichtet auf jedem, also innerhalb eines Sonnensystems mit mindestens 200.000 Einwohnern, eine Zentralbehörde. Es gibt mindestens eine. Wenn es mehrere Himmelskörper gibt mit entsprechend vielen Einwohnern, dann errichtet die TSU auch mehrere. Also ihr müsst euch die TSU grundsätzlich so ein bisschen wie die UNO vorstellen. Nur, dass die TSU gewisse Rahmenbedingungen schafft. Also die TSU zum Beispiel hat das Monopol der Steuererhebung. Die TSU besteuert alle und verteilt irgendwelche Gelder. Sie hat das Haushaltsrecht. Die TSU betreibt auch irgendwelche Sprungstationen entlang von irgendwelchen Sonnensystemen. Also zum Beispiel können natürlich auch Konzerne eigene Stationen, vor allem Sprungstationen, errichten. Aber es gibt in jedem Sonnensystem auch immer Sprungstationen, mindestens eine von der TSU, die für alle frei ist. Also wo man einfach Schiffen den Durchflug nicht verbieten kann. Weil sonst würde ja der Handel bei irgendwelchen Kriegen und sonstigen Konflikten, irgendwelchen Wirtschaftskriegen total zu verliegen kommen. Es würde nur noch Mord und Totschlag herrschen. Deswegen gibt es am Rand irgendwelcher Sonnensysteme, egal wem das Sonnensystem gehört, am Rand des Systems außerhalb des Schwerkraftfeldes, wo so die Sprungschiffe quasi langspringen, wenn sie von System zu System springen, gibt es immer auch irgendwelche Sprungstationen der TSU, die für jeden frei sind. Oder sagen wir mal, wenn jemand von der TSU gesucht wird und die TSU ihn sperrt für seine Sprungstation, dann das hat weitreichende Konsequenzen. Weil das Sonnensystem oder irgendwelche Himmelskörper können unterschiedlichen Konzernen gehören oder können einem bestimmten Konzern gehören. Aber die TSU ist so eine supranationale Behörde, die über allem schwebt sozusagen. Die TSU erschließt neue Sonnensysteme. Die TSU kümmert sich auch um sowas wie Gesundheit und Bildung und so weiter. Wie gesagt, so wie die UNO oder dieses UNHCR heute halt schon ist. Nur, dass es mehr Macht hat. Da es ja keine wirklichen Nationalstaaten mehr gibt, so richtig. Sondern nur Konzerne. Ist die TSU sowas wie ein, nein, nein, das Staat kann man sagen. Die Terranische Staatenunion. Die beinhaltet alle Planeten, alle politischen Organisationen. Innerhalb dieses Universums sind irgendwie in der TSU organisiert. Und wie gesagt, die TSU ist aber neutral. Sie hat, ähm, ja, hat sie eigene Streitkräfte. Ich würde sagen, schon. Sie hat irgendwelche Fachmannschaften für ihre Stationen. Und, ähm, sie hat auch eine große Macht in gewisser Weise. Also, wie gesagt, sie regelt die Besteuerung. Das erkläre ich dann in einer separaten Folge nochmal, wie ich mir das vorstelle. Und, ähm, sie regelt auch zum Beispiel die Erzeugung von Geld. Weil Geld sind ja Energiehandelseinheiten. Es gibt keine Währung mehr in dem Sinne. Sondern Geld wird aus Lesung erzeugt. Also, man verarbeitet einen Lesungbarren, ist ungefähr 500 Energiehandelseinheiten wert. Der Preis wird auch von der TSU festgesetzt. Und, äh, wenn man einen Lesungbarren hat, also man kann einen Lesungbarren für 500 Energiehandelseinheiten kaufen. Oder man kann einen Lesungbarren auch durch einen Konverter jagen und den in 500 Energiehandelseinheiten umwandeln. Man kann auch Energiehandelseinheiten verwenden. Also, zum Beispiel Energiewaffen, also eine Energiepistole, sowas wie die Walter Meteor, die Walter halt hat, die wird geladen mit Geld. Mit Energie sozusagen. Geld ist Energie. Der Stasetank ist so zu verstehen. Wenn ein Mensch in diesen Stasetank gelegt wird, dann analysiert der Stasetank erstmal die Funktionen des menschlichen Körpers. Wenn er feststellt in dem Moment, gleich so nach ein paar Sekunden, dass das Herz von diesem Mensch nicht schlägt. Dann ersetzt der Stasetank einfach diese Funktion. Er ist dann quasi so in seiner Nervflüssigkeit, simuliert er ein Ersatzherz. Das heißt, er sorgt dafür, dass der Kreislauf weiter funktioniert. Wenn er merkt, keine Ahnung, was auch immer. Also, er kann alle Körperfunktionen erstmal ersetzen. Er analysiert irgendwelche Schäden am Körper. Er nimmt quasi eine Testzelle von dem Probanden, der in diesem Stasetank liegt und guckt einfach, er schafft quasi ein Modell von dem Körper dieses Menschen in sich virtuell, wie er wäre, wenn er ganz gesund wäre. Und dann guckt der Stasetank nach Übereinstimmung, wenn er etwas findet. Sagen wir mal, wenn der Mensch gesund wäre, dann würde sein Herz logischerweise nochmal arbeiten. Also beginnt der Stasetank, den gesunden Zustand der Zellen und des Gewebes und des Zellhaufens, der der Mensch nun mal ist, wieder herzustellen. Es geht so weit, dass sogar irgendwelche Gliedmaße wieder nachwachsen können. Es gibt aber auch gewisse Grenzen, was der Stasetank nicht kann. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Mensch länger als 10 Minuten klinisch tot war. Dann beginnt ja irgendwann das Gehirn, irgendwelche Schäden zu bekommen. Schäden am Nervensystem kann der Stasetank nicht ohne weiteres heilen. Er kann zwar das Nervensystem in seinen Urzustand zurückversetzen, aber was er nicht kann, ist den menschlichen Geist in seinen Urzustand zurückversetzen. Versteht ihr, es gibt ja das, was das Bewusstsein ist. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Bewusstsein nicht nur eine chemische Verbindung ist. Stellen wir uns vor, es gäbe irgendwie die Möglichkeit, so etwas wie eine Klonkopie, wie eine körperliche und geistige Kopie eines Menschen zu machen. Jetzt ist dieser Mensch gestorben, war irgendwie tot, wir bringen seinen Körper in den Stasetank. Der Stasetank setzt seinen Körper wieder zurück in einen funktionsfähigen Zustand und kopiert ihm dann irgendwie seinen Geist. Weil der Geist ist ja auch, das weiß man ja bis heute noch nicht so genau, was ist der Geist eigentlich? Gibt es, das menschliche Gehirn arbeitet ja irgendwie mit Elektrizität. Gibt es sowas wie einen energetischen Anteil? Das ist schon wieder so ein bisschen esoterisch. Ich möchte da keine Vorhersage treffen und mich nicht darauf festlegen, ob ich an eine Seele glaube oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner chemischen Teilchen. Die Genstruktur, das Genom des Menschen bildet den Geist nicht mit ab. Das bedeutet, wenn ich ja so eine Zelle oder wenn der Stasetank eine Zelle aus seinem Körper entnimmt, dann kann er ja, wie gesagt, er kann den Körper wieder in einen gesunden Zustand versetzen. Aber wenn der Geist dieses Menschen davor Schaden erlitten hat, irreparablen Schaden, Schaden, wie durch Sauerstoffmangel am Hirn entsteht, dann kann der Stasetank das nicht ohne weiteres wiederherstellen. Ein Teil des Bewusstseins dieses Menschen oder wenn er zu lange klinisch tot war, ich habe keine Ahnung, wie er dann werden würde. Vielleicht würde er wieder rauskommen wie ein Neugeborener oder wie ein komplett sabbernder Idiot, der gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Man weiß es nicht, weil es ja diese Technologie nicht gibt. Aber ich gehe einfach davon aus, wenn du gestorben bist, also wenn du klinisch tot bist und du warst länger als, keine Ahnung, zehn Minuten in diesem Zustand, bevor du in den Stasetank kamst, dann hast du geistige Schäden erlitten. Stell ich mir vor, geht deine IQ zurück, beide deine Erinnerungen verschwinden, irgendwelche Fähigkeiten, die du mal hattest, hast du nicht mehr. Du musst vielleicht das Laufen neu lernen. Das gibt es ja manchmal bei Menschen, die irgendwelche schweren organischen Schäden erlitten haben, irgendwelche Nervengifte und so weiter und so fort. Ich meine, bei Hirnoperationen, wir wissen es nicht so genau. Aber so stelle ich mir das hart vor. Und ihr müsst einfach Folgendes bedenken. Walter ist ja Arzt und Sanitäter beim Militär. Das bedeutet, es gibt auch irgendwelche Situationen im Feld zum Beispiel. Da wird ihm, also er ist da irgendwie in so einer Stellung, es gibt auch so Schützengräben und einen Stellungskrieg auf irgendeinem Planeten. Dann werden verwundete, schwer verwundete Marines, werden zu Walter gebracht. Er hat verschiedene Möglichkeiten, sie zu behandeln. Er kann ihnen irgendwelche Medikamente geben, er kann ihnen Metpflaster, die regenerieren bis zu einem gewissen Grad das Gewebe. Er kann ihnen auch irgendwelche Körperteile amputieren. Denn es kann ja sein, dass sein Gliedmaß so schwer verletzt ist, dass es in dem Moment besser für den Verwundeten ist, wenn ihm das Gliedmaß amputiert wird und er einfach eine geschlossene Wunde danach hat, als wenn er da ewig vor sich hin blutet und unerträgliche Schmerzen hat. Weil wir müssen auch von Folgendem ausgehen. In irgendwelchen Vietnamfilmen, die sicherlich alle auch kennt, gibt es auch immer diese Army-Kriegsfilme, wie sie in Vietnam kämpfen. Da ist ja immer der Hubschrauber zur Stelle und holt die Helden raus. Aber gehen wir einfach mal davon aus, in einem realistischen Universum kämpft auch die Raummarine Schlachten, wo nicht ohne weiteres der Hubschrauber kommen und die Verwundeten ausfliegen kann, sondern Walter muss sie in der Situation erstmal so weit verarztet. Also manche verarztet er so, dass sie weiterkämpfen können. Manche stabilisiert er auch nur. Bei manchen macht er Wundbehandlungen. Manche haben irgendwelche Schocks, irgendwelche hysterischen oder sonstigen psychischen Schocks. Wenn ihr den ersten Teil vom Hörbuch gehört habt oder den Roman gelesen habt, dann werdet ihr ja schon wissen, dass Walter relativ viel Analytik betreibt. Das heißt, er hat sein Medicom. Das ist so ein kleiner, wie so der Tricorder bei Enterprise, bei Star Trek. Dadurch kann er zum Beispiel auch sowas wie die Atmosphäre analysieren. Er kann auf Gifte analysieren. Er ist auch ein Stück weit, also er ist eine Mischung aus Feldsanitäter, klassischem Arzt, auch noch ein Stück weit. Und auch so eine Art Forensiker und ABC-Experte. Er kann ja auch Spurensicherung bis zu einem bestimmten Grad betreiben. Und es gibt auch irgendwelche Krankheiten. Also der Stasistank ist nicht allumfassend. Er ist nicht allmächtig. Es gibt irgendwelche Krankheiten, die jemand haben kann. Oder er kann irgendwie vergiftet sein. Und in der Situation ist es wichtig, ihn irgendwie mit einem Gegengift zu behandeln oder irgendwie sowas. Also ihr müsst euch den Beruf des Arztes in der Zukunft anders vorstellen als in der Gegenwart. Walter ist nicht zu vergleichen mit einem heutigen Hausarzt oder auch von mir aus mit einem Stationsarzt irgendwo im Krankenhaus. Sein Aufgabengebiet ist vor allem erstmal die erste Hilfe, die Stabilisierung auf dem Schlachtfeld, die Entgiftung, die Forensik, die Analyse, das Herausfinden irgendwelcher Gefahren und so weiter und so fort. Ist mein Roman frauenfeindlich? Die Frage ist aufgekommen in dem Zusammenhang, warum kommen eigentlich im ersten Teil bis auf Kerstin Steinbeißer eigentlich keine Frauen vor. Und auch im zweiten Teil kommt ja dann irgendwann Walters Freundin dazu. Aber es gibt relativ wenig Frauenfiguren. Dazu muss ich Folgendes überlegen. Ich habe mir überlegt, ich wollte einen sozialkritischen Roman machen. Wir leben ja heute im Zeitalter von Vogue und Identitätspolitik und so weiter und so fort. Also wenn ihr nach irgendwelchen Romanen sucht, die versuchen, wie soll ich das jetzt sagen, sonst klingt es irgendwie negativ, aber die versuchen uns an eine Welt zu gewöhnen, an der Frauen ganz normal ein Teil der Gesellschaft sind, dann werdet ihr da keinen Mangel haben. Solchen Content findest du heute überall. Jeder Science-Fiction-Autor, gerade so diese amerikanischen Autoren, die diese flotten, wie nennt sich das, Schiffe versenken, nenne ich das immer, Romane schreiben, wo es immer irgendwie um irgendwelche großen Raumschiffe geht. Also fast immer so irgendwelche großen Raumschiffe und dann spielt sich der Roman irgendwie als Kammerspiel zwischen der Besatzung ab. Die sind ja wirklich teilweise peinlich genau darum bemüht, bloß keine zu kleine Frauenquote zu haben und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt vorhabe, einen sozialkritischen Roman zu schreiben, die Raummarine in meinem Universum, die ist reaktionär. Die sind ja chauvinistisch, die sind irgendwie rechts, sie haben irgendwelche Vorurteile. Umweltschutz spielt überhaupt keine Rolle. Soziale Ungleichheit ist ausgeufert bis zum geht nicht mehr. Es gibt keine Menschenrechte. Und dann dachte ich mir, ist es auch nur folgerichtig, dass es eigentlich so eine Männergesellschaft ist, wo zwar auch irgendwie Frauen vorkommen können, so wie Steinbeißer, aber wo die Frauenquote, also wenn da in dieser Welt mal eine Frau irgendwie Karriere macht, dann geht sie so wie Steinbeißer auf dem Zahnfleisch und ist am Rande des Nervenzusammenbruchs und hat sich wirklich hochgebissen in einer Männerwelt bis zum geht nicht mehr. Und es passiert halt schon hier und da mal zufällig. Also sie wird jetzt nicht ausdrücklich weggemobbt, so wie in irgendwelchen Staaten, wo Frauen nicht das Haus verlassen dürfen. So weit bin ich jetzt nicht gegangen. Aber ich habe mir schon eher so eine wirklich extrem reaktionäre Welt vorgestellt. Das macht auch irgendwie den Reiz dieses Romans aus. Das ist auch als Kritik gedacht. Ich finde, am besten stellst du Moral oder den Mangel, die Abwesenheit von Moral einfach durch irgendwelche eklatanten Beispiele dar. Das müsst ihr euch auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also zum Beispiel Umweltschutz. Ohne dass ich jemals das Wort Umwelt oder Natur oder Umweltschutz in den Mund nehme, spielt ja in diesen Romanen eine große Rolle. Das sind ja irgendwelche Planeten, die sind auf den Hund gekommen. Das geht ja gar nicht mehr. Gerade auch dieses Ding mit der Regression von den Kannibalen auf dem Planeten im zweiten Teil. Ich will es auch nicht spoilern, falls jemand die Sendung guckt, der den zweiten Teil noch nicht angehört hat. Aber ich habe dargestellt, was passieren könnte, wenn so eine Kolonie errichtet wird und eigentlich alles komplett schief geht. Dann hast du am Ende so eine Welt wie diese Welt da, wie Paradise City. Das war jetzt auch nicht mein Ziel, irgendwelche unnötige, sinnlose Gewalt und Grausamkeit darzustellen. Ich habe das mehr in so subtilen Dosen versucht zu verpacken. Und natürlich, Sozialkritik spielt eine Rolle. Ich habe so ein bestimmtes Faible für Horror. Aber ich mag den klassischen Horrorfilm, also sowas wie Freitag der 13. oder sowas. Das ist nicht eher langweilig. Ich weiß ja, dass es Monster nicht gibt. Deswegen habe ich auch keine Angst vor einem vermeintlichen Monster. Es gibt ganz wenige Horrorfilme nur, die ich als Horrorfilme empfinde. Und nicht einfach nur als langweilig. Aber ich habe mal so einen Film gesehen. Da ging es um die Havarie eines russischen Atom-U-Bootes irgendwann in den 60ern. Es ging irgendwie darum, dass die Besatzung des U-Bootes gar keine Schutzausrüstung dabei hatte. Das hat man damals nicht so wichtig genommen. Die haben dann irgendwann so einen Störfall. Und der Reaktor fängt halt an, sich zu erhitzen. Rot halt der Super-GAU, die Kernschmelze innerhalb dieses U-Bootes. Und man dachte damals, das wusste man damals noch gar nicht, irgendwie denkt die Besatzung die ganze Zeit, wenn der Reaktor überhitzt, dann werden sie explodieren wie eine Atomwaffe. Und der Spannungsbogen ist halt, die ganze Zeit tritt irgendwelches radioaktive Reaktorwasser aus. Und die Besatzung lungert eigentlich an Deck rum. Also sie sind aufgetaucht. Der Schiffskörper, das Boot an sich, verstrahlt immer weiter. Irgendwelches brackige Reaktorwasser läuft aus ins System des Schiffes. Die Besatzung chillt oben auf Deck. Sie fahren mit Batterien. Sie werden von irgendwelchen Amis verfolgt. Sie denken, dass sie irgendwann explodieren werden wie eine Atomwaffe. Und sie denken auch, dass sie eventuell den Dritten Weltkrieg auf diese Art und Weise auslösen werden, weil sie so eine amerikanische Flotte, die sie verfolgt, vielleicht mit versenken werden. Und die ganze Zeit stehen sie unter dem Druck, irgendwie das Kühlsystem von diesem Reaktor zu reparieren, obwohl sie keine Schutzausrüstung haben. Das war eigentlich das Geile an dem Film. Der Film in Sicht war ja langweilig. Aber der sprengende Punkt war halt, und ständig müssen irgendwelche Gruppen, also immer in regelmäßigen Abständen, müssen irgendwelche Gruppen von Matrosen in diesen Reaktorraum gehen und ihn dann einfach so reparieren. Obwohl sie, wie gesagt, keine richtigen Schutzanzüge haben. Sie haben nur so Säureschutzanzüge. Und jedes Mal dann, wenn diese Teams rauskommen wieder aus dem Reaktorraum, die sind nur so fünf Minuten in diesem Raum, dann wuchert ihnen schon der Krebs auf der Haut, so nach dem Motto, und sie sind so am Ende. Es ist einfach nur ein Jammertal. Sowas hat für mich schon eher die Wirkung eines Horrorfilms, weil man kann ja halt den Auslöser, die Radioaktivität, kann man ja nicht wirklich sehen. Aber man sieht halt die Folgen so. Es hat so einen ganz bestimmten Spannungsbogen. Und ihr müsst euch Folgendes überlegen, um nochmal den Bogen zur Erzählweise und im Sinn von dem Ganzen zu machen. Also ich erzeuge, oder zumindest habe ich das vorgehabt und so habe ich es mir überlegt, einen gewissen Grusel-Effekt dadurch, dass bestimmte Dinge passieren. Und deswegen, vorhin hatte jemand die Frage aufgeworfen, ob meine Romane was von H.P. Lovecraft sind. Das sind sie natürlich nicht, sie sind von mir. Aber H.P. Lovecraft hatte auch so einen gewissen Style. Er hat, und den habe ich auch übernommen für diesen Roman. Er hat zum Beispiel eigentlich fast nie irgendwas erklärt. Also du erfährst nicht, wieso, weshalb, warum, sondern du siehst einfach nur irgendwelche Dinge passieren und dann musst du dir deinen Teil selber dazu denken. Und so ist es bei mir auch angelegt. Also der schleichende Horror, der manchmal so, oder Grusel, Horror ist übertrieben. Manchmal wird dir etwas erklärt in dem Moment, also das ist aber eher selten, wenn Walter jemanden was fragt oder jemand Walter eine Information gibt oder wenn Walter in dem Moment selber etwas rafft, weil er irgendwas nicht weiß, wieso, weshalb, warum, dann rafft es und dann, weil in der Erzählung, also wenn es nicht die Ich-Erzählung ist, dann gibt es ja den Ehrerzähler. Es ist ja quasi so, als würde Walter, das habt ihr auch in alten Filmen, sowas wie von Anja Segers, das ist ein ganz bekannter deutscher Roman damals, aus der Zeit des Dritten Reiches, das Siebte Kreuz oder sowas. Da gibt es auch den Ehrerzähler. Das ist so, als würde irgendwie so ein unsichtbarer Geist den Protagonisten folgen und irgendwelche Kommentare abgeben zu dem, was da gerade passiert. Und das hast du ja bei Walter teilweise auch, sowas gäbe es irgendwie, aber das ist auch ein ganz maßvoll angewendetes Element, den Ehrerzähler. Also wenn Walter irgendwas rafft, dann erklärt manchmal der Ehrerzähler, was er gerade gerafft hat, aber eigentlich, wenn er es schon von vornherein weiß oder wenn er irgendwas tun will oder sowas und wenn er jetzt nicht bewusst daran denkt und keinen Erkenntnisgewinn in der Situation hat, dann wird es dir als Zuschauer auch nicht erzählt. Also dann wird es dir nicht erklärt, sondern du siehst dann einfach genau das, was er gerade tut. So ist es halt angedacht. Ich weiß nicht, wie gut es mir gelingt. Ich kann ja nicht in eure Köpfe gucken, aber so ist es dann halt angedacht, dass du in dem Moment selber erst mal überrascht bist. Auf was geht denn da jetzt ab? Und im nächsten Moment verstehst du auch irgendwann die Tragweite dessen, was da passiert. Da gibt es ja dann solche Szenen wie, das ist nichts für Weicheier. Ich denke mal, alle, die den zweiten Teil gehört haben, werden wissen, was ich meine mit diesem Zitat. Das ist nichts für Weicheier. Das sind so ganz bestimmte Szenen, die sind angelegt in diesem Stil. Das kopiert irgendwie oder das ist angelehnt an, das ist eine Hommage an den Erzählstil von H.P. Lovecraft. Das ist eine Hommage an den Erzählstil von H.P. Lovecraft.